Musik Also dieses Hotel gefällt uns einfach enorm gut aufgrund der Lage, der Ruhe und des gesamten Ambientes eigentlich, kann man sagen. Die Zimmer sind eigentlich, sind nicht allzu groß, aber es langt, es langt. Wohnzimmer, Schlafzimmer, Bad, Fernsehapparat, schönen Balkon, kleine Küche und ja, das langt. Musik Man kann wirklich sich nicht beschweren, mal gibt es Fleisch, Fisch, mitunter noch in drei Variationen, Fisch, Fleisch und Hähnchen und so weiter. Also es ist wirklich, es ist empfehlenswert. Ja, es ist also schon viel renoviert worden. In den Bädern die Wasserhähne zum Beispiel und die Toiletten sind in Ordnung auch gemacht worden, die Duschen und so weiter. Das war vor drei Jahren, war das noch anders gewesen. Da mussten wir laufen, was erneuern lassen. Das ist schon Ordnung, doch. Das liegt, also das liegt ja jetzt hier in einem kleinen Fischertorf, direkt am Wasser und unmittelbare Strandnähe. Dazu kommt, dass man hier über Kilometer an der Promenade laufen kann. Praktisch zwölf Kilometer in eine Richtung und auch wieder zurück und damit mehr oder weniger die gesamte Südküste hier abklappern kann. Von der Oma bis jung zu der Mutter, die Kinder und die Urenkel. Enkel, Urenkel. Ist alles da. Wir bringen alles mit. Also die Lage jetzt, es ist ruhig hier und ich denke mir mal, dass man hier so dicht am Wasser, dass man woanders wohl wahrscheinlich sehr viel mehr bezahlen müsste. Ab in den Urlaub, komm pack die Sachen ein. Ab in den Urlaub, ab in den Urlaub.